Unsere Welt gibt es nicht mehr. Chaos regiert. Die Toten sind auferstanden, um das Leben von unserem Planeten zu fressen. Nur wenige von uns sind noch übrig. Sie kämpfen um ihr blankes Überleben. Einer von ihnen ist Alex. Seht hier seine letzten Tage. Let's play. Seven days to die. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück in der Zombie-Apokalypse. Hier ist für euch wieder Alex am Start und wir spielen heute den 26. Tag in Seven Days to Die Alpha 20. Ich werde hier gerade tüchtig von der Sonne geblendet. Ich weiß gar nicht, warum die so verdammt hell ist. Wahrscheinlich, weil es einfach auch ein bisschen neblig ist. Sieht auf jeden Fall sehr kurios aus. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir werden heute uns noch ein bisschen in unseren letzten Errungenschaften ahlen, nämlich unserem Fahrrad, das wir gebaut haben und werden wahrscheinlich noch ein bisschen die Gegend unsicher machen. Vorweg, bevor wir jetzt hier so richtig anfangen, möchte ich euch aber noch ein bisschen auf den neuesten Stand bringen, um den Kanal, den ihr hier seht. Und zwar, wie ihr vielleicht schon wisst oder nicht, handelt es sich dabei um einen Kanal meines oder unseres Spiele-Magazins Gaminggrounds.de. Wir haben uns jetzt aber dazu entschlossen, ein bisschen, ja, ein bisschen differenzierter zu arbeiten, sodass für euch der Content, den ihr hier bekommt, auch ein wenig schlüssiger ist, weil ihr wollt ja sicherlich nicht auch noch zwischendrin irgendwelche Hardware-Reviews etc. sehen, sondern ihr seid natürlich hier wegen zum Beispiel Seven Days to Die. Genau, deswegen werdet ihr auf diesem Kanal hier zukünftig ausschließlich Gameplay-Videos, Let's-Play-Serien und sowas in der Art sehen. Ja, hauptsächlich Let's Play. Darum auch die Umbenennung in Gaminggrounds Plays. Und ihr könnt euch auf jeden Fall freuen, denn da sind auch einige weitere Formate geplant. Aber für alle Zombie-Fans da draußen, natürlich bleiben wir uns treu und werden auch zukünftig hier mit unserer coolen Let's Play Seven Days to Die Serie weitermachen. Ja, der erste Monat nähert sich nämlich langsam dem Ende. Dann haben wir insgesamt 31 Tage hier in unserer Welt erlebt zusammen, gemeinsam. Und das sorgt natürlich dafür, dass man auch so ein bisschen umdenkt. Aber genug des technischen Blablas. Jetzt wollen wir loslegen. Ich denke mal, als allererste schnappen wir uns unser Fahrrad und ein paar Dietriche, fände ich auch ganz cool. Könnten wir da eigentlich noch mehr von bauen? Seht ihr? So, jetzt fangen wir an. Jetzt habe ich gerade bisher nur ein bisschen rumgeeiert. Jetzt wollen wir natürlich richtig anfangen, mal irgendwie was herzustellen. Und zwar, ach ja, die Werkbank. Wir wollten eine Werkbank bauen. Und zwar auch hier, damit wir eben nicht nur in der Apotheke, sondern hier auch so ein bisschen was reißen können. Und ich erinnere mich, wir brauchten Schraubenschlüssel, Klauenhammer, Holz. Das haben wir. Wir brauchen Eisen. Also wir müssen noch ein bisschen Eisen organisieren. Und mechanische Teile. Gut, dass ich jetzt meinen Schraubenschlüssel hier schon wieder weggepackt habe. Wir müssen den auf jeden Fall reparieren, so wie es aussieht. Außer wir haben jetzt hier noch einen anderen im Petto. Aber ich glaube irgendwie gerade nicht. Demnach brauchen wir Klebeband. 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 Und Eisen, um erstmal ein Reparatur-Kit zu bauen. Das macht natürlich die Sache jetzt noch ein bisschen schwieriger, weil wir dann noch mehr Eisen brauchen. Aber wie auch immer. Wir nehmen jetzt diesen Schraubenschlüssel mit und sehen zu, dass wir unten so ein paar Autos plündern, um mechanische Teile zu bekommen. Das war nämlich gestern gar nicht so einfach. Ich hatte es versucht hier im Krankenhaus, aber da ist nicht viel zu holen gewesen. Deswegen machen wir das jetzt einfach kurzerhand hier unten. Laufen wir erstmal runter. Hoffen, dass jetzt nicht alles voller Zombies ist. Wir könnten, also ehrlich gesagt, meinen Krankenwagen möchte ich nicht auseinandernehmen, weil der ist ja auch hin und wieder nochmal neu befüllt. Was allerdings möglich wäre. So, jetzt können wir erstmal hier unseren Schraubenschlüssel reparieren. Und wisst ihr was? Ich gucke... Oh, jetzt ist der Nebel plötzlich weg. Faszinierend. Hier laufen so ein paar Zombies rum. Soll uns jetzt erstmal nicht stören. Ich glaube, hatten wir nicht gesehen, dass wir hier auch was bekommen, wenn wir diese Einkaufswagen auseinandernehmen. Ja, guckt mal. Da kriegen wir nämlich solche Teile her. Wie viel fehlt denn uns jetzt noch? Ich bin jetzt schon wieder überfragt. Wir nehmen einfach ein paar mit. Also wir gehen jetzt hier mal rum und bündern ein bisschen. Und dann sollte das klappen, weil hier... Guckt mal hier. Das müsste zumindest Eisen geben, aber vielleicht auch mechanische Teile. Mal gucken. Nee, weil er hackt nur drauf. Drauf hacken heißt, glaube ich, dass er sie nicht auseinander nimmt. Da müssen wir gleich nochmal gucken. Da sind idealerweise ganze Autos für besser geeignet. Na ja, obwohl... Guckt mal hier. So ein bisschen was kriegen wir doch noch raus. Bin ich noch bester Dinge. Wir müssen natürlich aufpassen, weil wir jetzt hier sehr laut rumtösen. Aber ich denke mal, so ein paar Autos können wir jetzt erstmal auseinander nehmen. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Ich weiß nicht, ist hier noch was zu holen? Ein bisschen, ja, tatsächlich. Federn. Öl. Also der Zustand der Äußere scheint nicht immer Aufschluss darüber zu geben, was man denn erwarten kann. Ich frage mich gerade, warum hier Einkaufswagen rumstehen. Ist hier irgendwo womöglich noch ein Geschäft oder sowas, was wir plündern können? Das könnte man natürlich mal in Erfahrung bringen. So, jetzt da hinten sehen wir schon ein bisschen zweibeinige Umholde. Die lasse ich jetzt erstmal liegen, weil darum geht es uns jetzt gerade nicht. Ich habe auch meine Taschenlampe wieder an. Damit sieht man mich natürlich, glaube ich, auch kilometerweit. Ich mache die jetzt erstmal aus. Mittlerweile habe ich die fast auf Dauerbeleuchtung. Weil es natürlich auch ein bisschen angenehmer ist, wenn man was sehen kann. So. Ich meine, hätten wir nicht auch, das möchte ich gleich mal gucken. Ja, wir haben auch noch einen Punkt, den wir verteilen können. Da möchte ich diesmal aber ganz differenziert gucken, weil wir ja dadurch auch die Möglichkeit haben, vielleicht nochmal ein paar neue Sachen zu bauen, die uns bereichern. Ich bin ganz angefixt eigentlich auch von diesem Zielfernrohr und habe ein bisschen Hoffnung, dass man da vielleicht in die Richtung was skillen kann. Aber das schauen wir uns natürlich gleich in Ruhe an. Ähm, jetzt brauchen wir vor allem unseren Klauenhammer. Müssen uns ein bisschen Eisen noch basteln. Achso, jetzt kann sein, dass uns Lehm fehlt. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Den müssen wir vielleicht auch nochmal holen. Ähm, nun denn. Aber Eisen können wir auf jeden Fall schmelzen. Ich denke mal, das können wir schon mal unabhängig davon machen. Wir brauchen jetzt noch sechs Stück Lehm. Ähm, das heißt, wir brauchen eine Schaufel und müssen noch ein bisschen Boden umwühlen. Nehmen wir doch mal eine Schaufel mit. Und laufen gleich nochmal runter. Aber vorher räume ich hier ein bisschen Zeug weg, was ich jetzt definitiv nicht brauchen werde. Doch nochmal meine Dietriche einpacken. Ähm, interessant auch nochmal zu wissen, wie sieht denn das jetzt aus mit den, mit den mechanischen Teilen. Ach, hier, guck mal, ich habe sogar diese Eisenschaufel. Die ist natürlich noch besser geeignet. Wie sieht das aus mit meinen mechanischen Teilen? Wir brauchen ja auch ein paar für, für die Werkbank wieder. Ich habe jetzt insgesamt 35. Ich glaube, wir brauchen 20, oder? Ich gucke nochmal eben. Genau, 20. Also, wir brauchen eigentlich nur noch sechs Eisen. Die kriegen wir aber nur, wenn wir Lehm haben, um dann unser Eisen zu brennen. Oder zu schmelzen wahrscheinlich. Genau, zu schmelzen. Also, noch einmal runterlaufen. Noch einmal hochlaufen. Dann haben wir unsere Werkbank. Ähm. Das ist auf jeden Fall nochmal ein großer Schritt nach vorne, jetzt für diesen Standort. So, jetzt, ich laufe jetzt mal ein bisschen hin, wo ich auch was sehen kann. Damit ich hier nicht gleich umringt werde. Und jetzt graben wir hier einfach mal rein. Und gucken, was passiert. Ach, Ausdauer, liebe Ausdauer. Was hat er denn? Wahrscheinlich müssen wir einfach mal frühstücken, ne? Dann ist die Sache auch ein bisschen entspannter. So, diese Gräser stören hier natürlich auch so ein bisschen beim Abbau. Wahrscheinlich wird der da hinten gleich ankommen. Haben wir noch irgendwas? Ne, das ist nur der einzige. Ach, da sind noch mehr. Aber die sehen mich gerade auch nicht als Bedrohung an. Oder als Leckerbissen, je nachdem. Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Ne, ist kein Problem. Ist übrigens auch mal eine schöne Beobachtung, wie das denn so aussieht mit der Entfernung. Wie weit kann ich denn weg sein, bis die anschlagen? Es scheint doch, man kann doch wohl näher ran, als ich mir das so dachte, ne? So, jetzt haben wir hier aber auch schon ein bisschen was gesammelt. So richtig viel schneller geht das irgendwie nicht mit der Eisenschaufel, habe ich das Gefühl zumindest. Oh ja, wir haben aber trotzdem genug. Allein der Erfahrung wegen könnten wir natürlich jetzt noch mal kurz einen kleinen Exitus starten. Da kommt auch gleich... Oh ja, ich bin hier. Sie haben sich schlecht verhalten. Ne, komm, lass mich in Ruhe mit deinem Geblubber. Upsala. Da muss ich gleich auch wieder ein bisschen mich erschrecken, so. Natürlich nur wegen der Konsequenz, ne? Weil ich habe keinen Bock, jetzt wieder verseucht zu werden. Trotz des Honigs, den ich dabei habe. Wir müssen auch gleich nochmal gucken, warum meine Ausdauer gerade so extrem schnell in die Knie geht. Bin ich einfach zu schnell unterwegs, oder? Ich habe übrigens jetzt nochmal einen tollen Tipp bekommen in den Kommentaren, danke dafür, dass man auch beschriftete Truhen bauen kann. Das würde mir vielleicht die Suche zukünftig ein bisschen erleichtern. Da muss ich nochmal gucken, wie genau das geht und was man da machen muss. Das können wir uns vielleicht auch heute nochmal angucken, ich weiß es nicht. Wir schauen einfach mal. So, jetzt wollen wir aber erstmal dieses Zeug schmelzen. Um unser Eisen zu erlangen. Naja, ein bisschen brauchen wir noch. Ein bisschen brauchen wir noch. So, einen noch. Und dann brenne ich aber trotzdem noch ein bisschen weiter. Weil irgendwann brauchen wir es ja eh, ne? So, komm, jetzt noch fertigen. So, die brutzeln jetzt vor sich hin. Ja, ich bin schon ganz zufrieden hier mit unserem Unterschlupf. Es könnte schlimmer sein. Vielleicht bauen wir uns hier auch mal ein richtiges Bett hin. Mal schauen. Vielleicht hinten in der Ecke. Das wird in unser Schlafzimmer. Mal gucken. Mal schauen. Ja, das schmilzt schön. Oh nee, so ein hässliches Wetter. Gut, dass wir jetzt erstmal drinbleiben. Für einen kurzen Moment noch. Aber wir wollten ja heute noch eine kleine Rundfahrt machen. Demnach wäre es natürlich schön, wenn sich das noch erholt wieder. Die Werkbank dauert wieder in der Herstellung ein bisschen. Heißt für uns, wir haben Zeit mal vielleicht kurz. Upsa, wir haben vielleicht nochmal kurz Zeit in unsere Stats zu gucken. Und zu schauen, ob wir hier irgendwie eine Chance haben, wegen dieser Sichtbarkeit, also dieser Zielfernrohr irgendwas zu machen. Okay, man kann bessere Gewehre herstellen. Immerhin. Man kann noch bessere Gewehre herstellen. Auch gut. Hier kann man noch bessere Gewehre herstellen. Irgendwie sind wir hier nicht richtig. Das ist zwar schon cool, aber noch nicht das, was ich möchte. Gibt es irgendwie, das ist der Präzisionsschütze. Dann könnte ich mir vorstellen, dass es hier vielleicht noch, was gibt es denn hier noch? Donnerbüchse, das ist Schrot. Der Jägersmann, da. Da kann man Werkzeuge sammeln und so weiter und so fort. Das ist alles noch nicht so das Richtige. Da muss ich vielleicht nochmal in Ruhe gucken, was da der richtige Weg ist. Und wie ich da mich noch verbessern kann in die Richtung. Ja, wir könnten natürlich auch so in Richtung Robotik uns mal ein bisschen versuchen. Oder, oder, oder. Es ist immer noch viel möglich, was wir halt einfach noch nicht hier am Start haben. Was macht denn das hier? Mini-Motorrad. Warum in die Pedale treten, wenn ihr genug Schrottet? Du kannst Mini-Motorrad-Teile und so weiter und so weiter. Das könnten wir auch probieren. Das finde ich auch lustig. Das wäre ja die Sache mit der Motorisierung, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben. Gar nicht so uninteressant. Und was ich natürlich auch noch sehe, hier der Packesel. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Geschichte. Drei Gegenstände mehr tragen. Auch sexy, wenn ich das so sagen soll. Aber ich will mal hier auf den Mechaniker gehen. Ich will mal gucken, was uns da dann noch möglich ist. Wie sieht denn das aus hier mit dem Mini-Motorrad? Ja, weil da braucht man tatsächlich auch überschaubar viele Teile. Ein paar davon hätte ich sogar schon mal gefunden. Ich glaube, am teuersten dürften wahrscheinlich hier die Fahrwerke und Lenker sein. Motor. Haben wir sowas nicht auch schon mal irgendwo gehabt? In der Apotheke definitiv. Kann man vielleicht auch irgendwo ausbauen. Kann man vielleicht irgendwo ausbauen. Ein Motor. Ja, den kann man auf jeden Fall nicht als Teil hier herstellen. Eine Batterie haben wir, glaube ich, wirklich gerade gefunden. Genau hier die Batterie für Autos. Das heißt, ein Motor würde sich wahrscheinlich auch finden lassen. Beziehungsweise haben wir ihn in unserer Apotheke. Hier. Hauptsächlich mechanische Teile und Eisen. Ein bisschen elektrisches Kram. Das ist alles machbar. Also da könnte man hinarbeiten. Das muss nicht jetzt sofort sein. Boah, das sieht natürlich auch gut aus, ne? Das sieht auch gut aus. Dann könnte man theoretisch, bevor man hier auf so ein Mini-Motorrad geht, vielleicht auch gleich ein richtiges bauen. Dann brauchen wir natürlich viel, 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 viel Stahl. Ach, Stahl. Genau, das ist auf jeden Fall nochmal ein Unterschied. Hier war es Eisen und da braucht man Stahl. Gut. Dann müssen wir mal schauen. Aber jetzt haben wir erstmal unsere Werkbank fertig, die wir jetzt platzieren können. Wo Platz ist? Wo ist denn Platz? Wir müssen, glaube ich, jetzt tatsächlich schon so ein bisschen ausweichen. Oder wir machen das anders und nehmen nochmal hier unseren Schlafsack weg. Den nehmen wir da weg. Hier, was ist denn das? Okay. Oh, dahinter verbirgt sich noch was. Na, immerhin. Ähm. Na, komm schon. Will er nicht. Jetzt. So, hier kommt unsere Werkbank hin. Naja, Blei. So, hier, vielleicht können wir da noch irgendwas Schönes hinbauen. Das Ding kommt erstmal weg. Unseren Schlafsack legen wir jetzt in die Ecke. Da können wir vielleicht wirklich später ein Bett hinbauen. Ich mach, man sieht auch gar nichts. Äh. Erstmal so. Und dann gerne noch eine Kerze aufhängen. Weil sonst ist es da so duster, ne? Vielleicht direkt drüber. Hier hin. Ja, das sieht doch schön gemütlich aus, ne? Das finde ich erstmal gut soweit. Dann geht es jetzt weiter im Text. Wir können jetzt erstmal unsere, diesen Kram wieder loswerden hier. Das brauchen wir nämlich gerade alles nicht. Und schauen jetzt mal, ob das Wetter besser ist, dass wir ein bisschen auf Erkundungstour gehen können. Ach so, das kann ich mittlerweile... Ne, es läuft tatsächlich noch. Aber das können wir auch später weitermachen. Also erstmal aus damit. Naja, so richtig schön ist es nicht, ne? Richtig schön ist das Wetter wirklich nicht. Erstmal noch ein bisschen frühstücken. Zweites Frühstück, wichtig. Wer kennt es nicht? Und dann geht's weiter. Ich gehe natürlich davon aus, dass jetzt hier unser Klops da unten immer noch rumlungert. Auch wenn ich ihn gerade nicht so richtig sehe. Ah, er hat sich offensichtlich in Luft aufgelöst. Oder er ist auch hier hinten rüber gegangen. Nein. Ich sehe keine Bären. Ich sehe keine Hunde. Ich sehe keine Zombies. Ich sehe eigentlich nichts Schlimmes gerade. Okay, dann... Dann lasst uns doch mal unser Fahrrad aufstellen. Gleich in die richtige Richtung hier. Und wir können noch mal ein bisschen losdüsen. Ach, das ist ja schön hier mit meiner Helmleuchte. Das gefällt mir natürlich. Ja, das ist ganz, ganz angenehm. Jetzt, ich muss gerade mal überlegen, bis zum nächsten Blutmond haben wir auch noch ein paar Tage Zeit. Das heißt, jetzt müssen wir uns da noch nicht so krass vorbereiten. Ich würde jetzt einfach gerne mal hier ein bisschen weiterfahren und gucken, ob wir hier noch irgendwas Schönes finden. Was ist zum Beispiel das da oben? Das ist ein Buchladen. Das gefällt mir schon mal nicht schlecht. Dann gibt es hier eine Tankstelle wahrscheinlich. Ein Huhn. Ein Bücherladen. Ja, das ist schön. Das ist schön. Ja, da könnten wir auch reingucken. Da gibt es vielleicht Autoteile. So, jetzt wird das Wetter auch wieder angenehm. Das ist gut. Dann können wir jetzt erstmal weiter düsen. Ah, hier sind echt Läden. Jetzt wissen wir, wo die Einkaufswagen herkommen. Elektronische Teile. Das ist auf jeden Fall eine Tankstelle. Das andere war vielleicht eher eine Werkstatt. Wir steigen jetzt einfach mal aus und gucken, was passiert, wenn wir da jetzt reingehen. Am besten durch die offene Tür und nicht gegen die Scheibe. Jetzt fehlte nur noch so ein klatschendes Geräusch irgendwie. Ich wollte mich gerade beklagen, dass es hier so leer ist. Aber sie kommen. Wenn auf einen, verlasse es dann auf unsere Zombies. Wäre ja auch sonst schade, ne? So, okay. Ich halte es jetzt mal bei unserer bisherigen Taktik und versuche erstmal zu säubern hier ein bisschen. Damit wir dann in Ruhe looten können. Wobei, hier gucke ich jetzt schon mal schnell rein. Ja, das scheint noch drin zu sein. Hier kann ich, glaube ich, wirklich rein. Ja. Ah ja, da hinten. Schaut mal. Ich vermute hier, ne? Okay, das ist schon so ein größerer Brocken. So, ich mache jetzt doch nochmal kurz ein bisschen Platz hier, um zu gucken, was denn jetzt hier kommt. Also wir haben einmal den Kollegen. und diesen Holzfäller-Dude. Und diesen Holzfäller-Dude. Aber so am ehligsten Tage, alles easy. Ich überlege gerade, ich überlege gerade, wir könnten natürlich hier auch gleich nochmal ein bisschen aufräumen. naja, hat mäßig geklappt, hat mäßig geklappt. noch haben wir ja Holz am Start, weil ich habe nämlich keine Lust, dass uns gleich wieder irgendein Unheil widerfährt. Und demnach möchte ich lieber jetzt gleich schon mal so einen kleinen Weg nach oben schaffen, über den wir dann gegebenenfalls ausweichen könnten. So, hier ist, oh ja, hier ist auf jeden Fall auch noch was. Okay. Da liegen sie, das war's. Oh, ich weiß jetzt nicht, wo das rumkrakelt, können wir gleich nochmal gucken, aber hier oben sind nämlich auch noch schöne, ähm, Truhen. Da unten sieht es auch ganz interessant aus, mir gefällt das, also diese kleinen Loot-Touren mit, ähm, mit Fahrrad sind, glaube ich, sehr, eine sehr schöne Sache. Oh, ich glaube, der lebt noch, ja. Na, jetzt kommen sie doch nochmal an hier. Das dürfte es jetzt erstmal gewesen sein. Komm, du kleine Hase, es tut mir leid. Aber wenn er mir schon so vor die Knarre läuft, dann kann ich auch nicht widerstehen. Na gut, dann wollen wir jetzt erstmal hier checken. Oh, ein bisschen vielleicht, äh, neuen Computer. Oder sowas. Coolen Bildschirm. Ultimate Beast Ready. Das klingt natürlich fantastisch. Nur ich glaube, hier bringt uns das leider nicht viel. Außerdem, es ist ja gar kein Grund, mehr Videospiele zu spielen, wo man doch quasi alles vor der eigenen Haustür hat. das könnte man natürlich vom echten Leben jetzt auch behaupten. Nur da ist es leider nicht so amüsant und lustig. Ja, wir looten uns hier einmal durch. Bisher sieht das auch ganz vielversprechend aus. Gerade hinsichtlich der Bauprojekte, die wir jetzt vielleicht demnächst angehen. Da sind natürlich diese Art von Teilen sehr willkommen. Ach, herrje, das nimmt ja gar kein Ende. Ähm, wobei, ich glaube, jetzt doch. Jetzt doch. Hier sind wir durch. Dann können wir jetzt in den nächsten Raum vordringen. Ah ja, das hatten wir gerade von oben gesehen. Ich glaube, ein bisschen Wasser. Ja, nur Brackwasser. Hier stehen wahrscheinlich die guten Sachen. Ein Müll. Immerhin eine Feder. Und dann haben wir noch diese Truhen. Was ist denn das? Ach, Färbemittel. In rosa. Sehr schön. Aber hier glitscht es gerade so herrlich. Ah, das sieht gut aus. Nehme ich erst mal mit. Gucken wir uns gleich in Ruhe an. Ich glaube, wir können jetzt hier sofort zu den nächsten Sachen gehen. Schmerzmittel. Auch nicht schlecht. Es ist wirklich sehr angenehm hier. Ich muss gleich mal auf die Karte gucken, wo wir denn hier sind. Bauplan. Super. Okay, wir sind jetzt hier. Das muss das lokale Einkaufszentrum sein. Wir können jetzt schon mal ein bisschen gucken, dass wir hier unser Inventar wieder leer kriegen. Durch Lesen. Was ist denn das? Schrotflinken-Geschützturm. Klingt fantastisch. Ich wusste gar nicht, wie ich bisher ohne zurechtkomme. Geschützturmpatronen passt natürlich gut dazu. Hydraulik. Die Feuerrate. Also das ist nicht schlecht. Und jetzt kann ich lesen, wie ich eine Dartfalle baue. Auch gut. Ja, schöne Dinge. Hat sich jetzt schon voll aufgelohnt. Aber wir sind auch noch nicht ganz fertig mit dem Gebäude hier. Hier hinten ist noch diese Toilette. Und die Spinte. Spint? Spins? Spinte. Ich glaube, Spinte, ne? Da können wir natürlich auch nochmal schauen. Was wir da Schönes finden. Neben dieser hässlichen Leiche. Kann man die eigentlich abbauen? Tatsächlich. Ach, wie hässlich. Okay. Verzeihung dafür. Ich wollte es nur mal ausprobieren. Machen wir uns jetzt noch weiter auf. Zum nächsten. Jetzt habe ich schon so viel dabei. Oder liefern wir erst mal ab. Ist aber auch mühselig immer dieser Weg, ne? Also trotz Fahrrad müssen wir ja doch ein bisschen hin und her fahren. Wir können jetzt wenigstens hier gegenüber nochmal gucken. Oder Bücher. Bücher muss man nicht tragen. Upsa. Demnach wäre der Bücherladen vielleicht eine schöne Geschichte. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir müssen uns auf jeden Fall merken, was wir hier alles haben. Boah, der ist aber auch groß, ne? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so einen großen Bücherladen von innen gesehen habe. Es gibt auch Amazon. Ja, genau. Vielleicht wieder hier so eine kleine Leitergeschichte. Dann können wir hier schon mal von oben ran. Naja, so soll es passen. Und von mir ist... Upsala. Und von mir ist auch gleich nochmal... Dann müssen wir noch ein paar bauen. Wir bauen noch ein paar. Übrigens stehen hier auch viele Bäume rum. Vielleicht sollten wir gleich wenigstens nochmal so ein, zwei Bäumchen mitnehmen. Ich glaube, das reicht. Wir fangen ganz oben an. So, jetzt gucken wir erstmal, ob hier oben irgendwer rumliegt. Ich gehe mal davon aus. Also... Ein Haufen Bücher liegt rum. Das... Das sehe ich. Ha. Aktuell noch ganz entspannt. Das würde ich natürlich gerne im Vorfeld checken hier. Ein sehr ruhiger Tag bisher. Sehr ruhig. Das ist ein Vogel. Wenn ich den aufscheuche, kommen mit Sicherheit mehrere... Auch nicht. Was ist hier los? Was ist hier los? Ist das wieder die Ruhe vor dem Sturm, frage ich mich. Stürmt da jetzt noch einer raus? Möglich. Ja. Sag ich doch. Den Trick kennen wir mittlerweile auch schon, oder? Aber, weil meine Ausdauer irgendwie momentan so mäßig ist, weil ich hier natürlich auch bepackt bin wie so ein dicker Hund, machen wir das so. Kommt ihr denn jetzt hier überhaupt rüber? Jetzt bin ich hier so weit weggelaufen. Ah ja. Ach, schade. Ich dachte, ich könnte ihn jetzt so runterschubsen. Das wäre auch lustig gewesen. Ich treffe ihn einfach gar nicht. Das ist auch nicht schlecht. So, weg mit ihm. Wenn... Okay, jetzt sollten wir mal gucken, wo das herkommt. Hunde. Ähm, ich vermute mal in dem Haus. Die könnten aber auch wieder hier rausbrechen aus diesem... Ach, hier ist noch eine Tür. Das habe ich gar nicht gesehen. Die hauen die doch jetzt locker durch, oder? Und wenn die dann dann durchkommen, dann kann ich sie abschießen. Klingt soweit schlüssig. Ich könnte es aber auch einfach nochmal anders machen. Und quasi von hier mich anpirschen. Oh, das sind reichlich. Sind doch reichlich. Also, die haben mich mit dieser, ähm... vermeintlich ruhigen Situation natürlich gut ausgetrickst. Ist doch ein bisschen hektischer, als ich dachte. So, jetzt kommen die hier natürlich hoch. Ja. Da ist auch der Hund. Der kommt auch keine Leitern hoch, glaube ich. Das würde mich jetzt doch wundern. Sie wackelt noch ein bisschen mit dem Köpfchen. Aber wo ist mein Hund hin? Da. Ist das nur der eine? Jetzt ist hier auch noch so ein hässliches Wetter wieder. Jetzt wollen wir erst mal gucken. Oh, hier sieht es ja gut aus, hier sieht es gut aus. Das ist wahrscheinlich der eigentliche Spot in diesem ganzen Laden, wo es Zeug gibt. Gar nicht innen drin, wahrscheinlich. So, was haben wir hier. Hoch die Tassen. Wenn du Bier trinkst, wird deine Sicht nicht länger unscharf. Wow. Und der Rausch hält doppelt so lange an. Cool. So was liebe ich ja. So, ich gucke jetzt mal gleich, ob hier noch irgendwer rausbricht. Damit wir das dann jetzt auch gegessen haben und nicht schon wieder uns erschrecken müssen. Aber hier waren wir jetzt überall. Ich denke mal, es ist alles aufgescheucht, was es gibt. Wir sind halt nur krass beladen jetzt mittlerweile. So, jetzt können wir in Ruhe gucken. Was haben wir denn hier? Irgendwelche billigen Vorräte, sind Visible Killer. Das ist auch eigentlich Quatsch. Hm. Doch gar nicht so... Na, was ist denn hier los? Aber gar nicht mal so spektakulär, wie ich jetzt eigentlich ursprünglich dachte. Aber wir sind ja auch noch nicht fertig, ne? Hier stehen noch diese schönen Kästen rum. Wie baue ich ein Jagdmesser? Jetzt weiß ich's. Das ist super. Das habe ich mir die ganze Zeit gewünscht. Oder wissen wir schon? Nee, ich glaube nicht. Ähm. Ergonomischer Griff. Ja, das lernen wir einfach mal alles weg. Schade, dass ich die Dietrich hier jetzt nicht mitgenommen habe. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir gleich nochmal an so eine verschlossene Tour kommen. So, hier lerne ich, wie ich den Geschützturm baue. Ich lerne sowas und sowas. Und ein Elektromotor. Mensch. Ach nee, ist es nicht verschlossen? Ähm. Ein cooler neuer Angriff. ein selbstgebautes Maschinengewehr. Nett. Stufe 5. Nehmen wir gerne mit. Aber ihr merkt schon, jetzt bin ich schon reichlich vollgepackt. Effektiv wäre es wahrscheinlich besser gewesen. Wir hätten nochmal kurz eine Zwischentour nach Hause gemacht. Aber gut. Wie baue ich einen Schockstab? Jetzt weiß ich's. Also das ist wirklich, äh, ich weiß gar nicht, warum ich nicht vorher schon mal hier auf die Idee gekommen bin. Ich glaube, ich nehme den wieder weg hier. Der nervt mich ein bisschen. so. Gut. Würde, hässlich, äh, würde mir jetzt erstmal prinzipiell reichen, bevor wir jetzt hier den ganzen Laden auseinandernehmen. Ich gucke jetzt lieber mal, ob hier, äh, tatsächlich jetzt Ruhe ist. Sieht aber ganz gut aus und hoffe natürlich, dass wir jetzt so beladen, wie wir sind. Ja, ich bin glaube ich tatsächlich ein bisschen langsamer, ne? Aber jetzt geht's ja bergrunter. Ui! Äh, cool. Äh, dass wir jetzt lieber zum Krankenhaus zurückkommen. Nach, äh, in unser schönes Dearsville. Bitte kein, ach, jetzt haben wir keine Bäume. Ne, wir sind auch schon beladen genug. Ich hab' eher jetzt so ein bisschen Horror, dass ich womöglich jetzt noch auf irgendwelche unliebsamen Geschöpfe treffe, die mir diese schöne Loot-Tour jetzt irgendwie vergrätzen im Nachhinein. Ne, da ist nur so ein, so ein Blob. Das stört aber nicht. Jetzt müssen wir nur noch unsere Leiter hochkommen und dann haben wir es ja eigentlich geschafft. sehr gut. Nur wir kennen das Spiel ja, wenn man hier so lang schleichen muss. Ist so viel auch zum Packesel, ne? Und ich sag noch, wahrscheinlich wäre es tatsächlich nicht schlecht, den, äh, alsbald mal zu nehmen. Aber es gibt halt so viele schöne Sachen, die man leveln kann und, äh, bisher ist der immer hinten runtergefallen bei mir. Okay. Oh! Er quält sich die Treppe hoch. Er quält sich. Und geschafft haben wir es trotzdem. Was haben wir denn jetzt eigentlich hier oben noch liegen, damit ich jetzt nicht irgendwie durcheinander komme? Hier sind nämlich auch noch so ein paar Teile. Hier wäre nämlich auch noch Eisen, theoretisch. Und hier ist mein Schraubenschlüssel. Äh, der Rest, blub, 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 kann jetzt von mir aus hier bleiben oder noch besser. Ich kann hier ein bisschen was reinladen. Was ich jetzt unten nicht unbedingt brauche. so ein Zeug hier zum Beispiel und dann natürlich auch den, wenn wir den anderen jetzt genommen haben. Haben wir? Ne, Quatsch. Da war ich jetzt falsch. Die Teile und was war das? Das war dieses Nahkampfschaden und so weiter. Ja, sowas ähnliches hatten wir, glaube ich, mal mit Scharfschützen Funktionen oder so. Okay. Ratatatam. Ja, warum nicht? Laden wir es mal voll. Fühle ich mich jetzt auch nicht ganz unsicher mit. Ähm, ja, 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 ja. So, ja, wir haben viele tolle neue Rezepte gelernt. Ich will mal gucken, was wir jetzt hier, aber der Kontrast ist ein bisschen doof. Doch, besser. Was wir denn jetzt überhaupt vielleicht nochmal bauen könnten. Hm. Werkzeuge und Pfeilen. Das mit den Holzstachelfeilen ist natürlich auch nochmal so eine Sache. Brauchen wir jetzt hier oben, glaube ich, nicht, aber generell eine schöne Geschichte. Der Klauenhammer, ja, den dürfen wir ja nicht. Gut, gut, gut. Das sind jetzt alle Sachen, die ich nicht unbedingt brauche. Spannender wäre jetzt nochmal in puncto Waffen oder sowas. Ich habe doch jetzt diesen komischen Schockstab gelernt, ne? Da können wir gleich nochmal schauen. Der Schockstab ist gar nicht so teuer, ne? Aha. Ist wirklich nicht teuer. Doch, wir brauchen Schockstabteile. Schade eigentlich. So, und diese Geschichte der Sichtbarkeitsmord. Wie kriege ich das hier? Wie kriege ich das? Freigeschaltet ist es nicht, ne? Achso. Ist es freigeschaltet? Ne, ist es nicht. Ist noch verschlossen. Irgendwie komisch, dass das offen ist, das Schloss. Ähm, jetzt wollten wir gucken nach Beschrifteten, nein, Truhen. Hm. Vielleicht Schild? Kann man es mit hölzernen Schildern lösen? Achso, oder kann ich die Truhe, das wäre ja auch nochmal so eine Geschichte. Ich baue jetzt mal kurz eine. Das ist irgendwas anderes. Na, da muss ich nochmal gucken. Muss ich mich nochmal, ähm, schlau lesen oder sowas. Aber Truhen schaden nie. Also hin damit. Ja, jetzt wird das Wetter zum Ende nochmal schön. Dann können wir doch gleich unsere Truhe nutzen, die wir gerade aufgestellt haben, jetzt für unsere Bastelteile. Okay, das war jetzt keins, aber zumindest, was ich jetzt hier noch drin liegen gelassen habe. Äh, Fahrrad brauchen wir jetzt kurz nicht. Ich würde aber gerne den Schraubenschlüssel mitnehmen. Dann könnten wir uns auch nochmal so ein Reparaturkit bauen, theoretisch. Klebeband. Klebeband. Und dann bräuchte natürlich Eisen. Ah, das können wir nochmal herstellen hier, ne? Eisen brauchen wir sowieso ganz viel. So, das reicht eigentlich schon. Können wir gleich weitermachen. Reparaturkit, damit wir unseren Schraubenschlüssel hier nochmal reparieren können. Ach, jetzt habe ich zwei gemacht. Ist ja auch egal. Kann man immer wieder gebrauchen. Können wir sogar das Gewehr mit reparieren, theoretisch. Gut, das läuft im Hintergrund. Jetzt sieht es immer richtig kuschelig aus, ne? Es ist noch relativ früh am Tage. Ich überlege, ob wir noch einmal kurz Holz holen. Ja, das könnten wir eigentlich nochmal machen, aber ich muss noch was trinken und nochmal was essen hier. Ist er denn jetzt mit seinen Bauarbeiten hier fertig? Ja, gut. Ach, jetzt hat er das da hingepackt. So, so, so. Okay, und den wollten wir auch nochmal reparieren. Da können wir gleich nochmal eine Zielübung starten nochmal. Würde mich auch nochmal interessieren. Hier ist ein schöner großer Baum. Direkt vor der Haustür. Warum sollten wir den nicht gleich mitnehmen, ne? Das können wir ruhig machen. Bei diesem schönen Sonnenuntergang gerade. Da knallt er zu Boden. Ja, testen wir doch mal. Oh, da muss man ein bisschen, da muss man schon genau hingucken, wo man hinschießt. klappt aber auch mit Einzelschüssen gar nicht so schlecht. Scheint mir ganz gut zu funktionieren soweit, ne? Vor allem, wir haben nicht mehr diese Lästigkeit mit dem Nachladen. Also von der Stärke scheint mir das zu sein, wie das selbstgebaute Gewehr, der Karabiner da. Herrlich. Geht natürlich dann in die Munition auch, ne? Weil man wird dann natürlich auch so ein bisschen oder ist schnell mit dem Finger am Trigger, sagen wir es mal so. So, ich denke mal zwei Bäumchen könnten wir noch mitnehmen, wenn uns die Zombies lassen. Einfach damit wir auch gleich mal ein bisschen Vorrat haben. Aber wisst ihr was, jetzt fühle ich mich sogar mit diesem Gewehr fühle ich mich jetzt sogar fast ein bisschen in der Lage, auch mal was gegen so ein Bären zu unternehmen. Vorausgesetzt natürlich, wir haben genug Munition. Irgendwie lächelt mich gerade hier noch dieser trockene Baum an. Der ist auch nicht ganz so groß, nur weit weg. Oh, der hat auch 900, na gut. Der war jetzt also ein bisschen trügerisch. So, dann nutze ich, bevor die Nacht reinbricht, noch einmal kurz diesen Moment für eine kleine Eigenwerbung. Falls ihr es bis hierhin geschafft habt und noch kein Abo da gelassen habt, dann macht das doch gerne, denn es wird natürlich auch zukünftig mehr solchen Content wie diesen hier geben, wo ihr mich oder meine Kollegen spielen sehen könnt und ich glaube, das ist doch eine sehr erstrebenswerte Sache, vor allen Dingen in Spielen, bei denen man vielleicht lieber zuguckt oder nebenher schaut oder was auch immer oder einfach nur gerne zusieht, wie sich jemand zum Dussel macht. So, ja auch schon mehrfach passiert hier in Seven Days to Die. Ich hatte euch ja erzählt, dass ich mich absichtlich quasi vor der Serie gar nicht mehr mit dem Spiel beschäftigt habe, weil ich genau diesen Reiz nochmal erleben wollte, diesen Survival-Reiz, den ich schon viele lange Jahre eigentlich nicht mehr so verspürt hatte, weil man irgendwie im Vorfeld schon so viel weiß über die Spiele. Und zu der Session, zu meiner ersten Seven Days to Die Session, da liegen halt einfach mal ein paar Jahre zwischen. Ich habe also alles vergessen zwischenzeitlich und dann ist das natürlich schön, das nochmal neu zu erleben. Genau. Bislang ganz, was habe ich denn hier eigentlich gebaut? Ach, das waren die, die waren da, das war dieses, das Flachdach, was ja schon vorher existiert hat. Mich gerade schon gewundert, weil solche Metallgestänge hatte ich bisher eigentlich noch nicht gebaut. So pünktlich zur hereinbrechenden Nacht kommen wir natürlich wieder nach Hause. Das gefällt mir gut. Und diesmal mit viel Holz im Gepäck. 500 ungefähr Holz. Damit sollten wir zurechtkommen erstmal. Ich weiß auch noch gar nicht, wofür wir es brauchen, aber zumindest ist es gut, dass wir es haben. Jetzt wollte ich probieren, ob wir hiermit besser zurechtkommen. Das geht eigentlich. Das könnten wir machen. Wir wollen ja immer noch das hier ein bisschen schöner machen. Und ich glaube, so kriegen wir ja sowieso ein bisschen Eisenteile, das ist schon okay. Ich brauche nur mehr Ausdauer. Und der Nebel ist wieder da. Faszinierend. Der Tag endet, wie er begonnen hat. Vielleicht kann ich parallel, genau, ich habe hier so viel Fleisch überall, parallel noch mal ein bisschen Fleisch brutzeln. Und Holz haben wir jetzt ja auch reichlich. Gegrilltes Fleisch. Und den können wir auch erstmal wieder einschalten. So geht dann nebenher hier auch noch ein bisschen die Produktion weiter. Ach, ich bin hungrig, ja, okay. Ihr seht, man tänzelt sich jetzt hier schon durch. Vieles ist einfacher geworden. Ich hätte es gar nicht gedacht, aber irgendwann hat man sich so ein bisschen zurecht gefunden. Dennoch glaube ich, dass der Schritt, die Apotheke zu verlassen, ein guter war. Ich überlege fast, man könnte noch mal zu dem Chemway Factory gehen, zu der Chemway Factory und oben dieser besagte Truhe plündern. Wir haben jetzt ein paar Dietriche und können auch welche herstellen. Das wollte ich gleich noch mal checken. Aber vorher ähm, ach, den müsste ich auch noch wegnehmen. Naja, wir machen jetzt mal eins nach dem anderen. So ein bisschen lästig finde ich es ja schon. Ja, die müssten wir da auch noch. Ich mache erst mal nur den einen. Das ist zwar schlumpig, weil dann die Seitenteile fehlen, aber gut. Den können wir gerne noch mal angehen. Ich überlege gerade, ob ich nicht so ein Ausdauerzeug habe, außer jetzt Steroide. sind ein bisschen heftig. Aber wir haben doch bestimmt hier da einen Kaffee am Start. Trinken wir doch mal schön Kaffee mache ich sowieso viel zu selten. Jetzt geht das schon besser von der Hand. Das war eine gute Idee. Dann können wir jetzt doch noch mal loslegen. Achso, die Wirkung ist aber begrenzt, merke ich auch gerade. Jetzt ist vorbei mit meinem Kaffee. Also das ist wirklich nur was für den kleinen Boost zwischendurch. dafür lohnt es sich dann fast wieder nicht. Die blaue Nacht irgendwie das Wetter sieht hier oben komisch aus. Ich weiß nicht, was sagt ihr denn dazu? Ich erinnere auch noch an den Tag nach dem Blutmond der aussah wie am Blutmond Tag war auch komisch. Vielleicht hat das wie hoch sind wir denn hier eigentlich? Höhe 98 90 naja gut das ist schon ein Stückchen kann natürlich auch sein dass hier das Wetter einfach anders aussieht als unten. Ich weiß nicht wann wir uns mal in das Schneebium vor wagen wollen da liegt ja theoretisch auch immer noch unser Airdrop den könnten wir natürlich noch versuchen zu bekommen ich denke der sollte noch da sein den müssten wir uns aber dick einpacken und da ist es auch immer so neblig gewesen jetzt ach ne guck mal der Kaffee hat noch Wirkung jetzt sehe ich das gerade so weg damit jetzt haben wir das geschafft und jetzt schauen wir mal was hatten wir denn da für eine Seitenwand gebaut ich hab es schon wieder vergessen das war so was so ein Teil mit ähm ach du es gibt einfach zu viele oder es gibt zu viele von dem Zeug also das ist mir natürlich sympathisch so ist es ja nicht aber ähm ich hab keinen blassen Schimmer mehr was ich da benutzt habe das war das mit diesen zwei Spricken an der Seite hier ich zeig's nochmal da mit diesen das könnte ein Pfosten sein oder hier vielleicht so in die Richtung auch nicht Mensch ich kann's einfach nicht finden es ist schrecklich es ist schrecklich platte mittig platte 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 da guckt mal jetzt habe ich es gefunden die Pfostenecke ich weiß auch gar nicht warum ich gerade die genommen hab das sieht natürlich dann auch doof aus jetzt dass es in die andere Richtung ist ach kann ich da noch was gegen tun kann man es spiegeln am Gesicht spiegeln oder was ne ach ne das ist dreh ach du je das kann man auch noch machen das war mir gar nicht bewusst oh je ich sehe schon ich weiß auch bei weitem noch nicht alles da kann man sich dann ja nochmal richtig austoben ne die Frage ist wie kriege ich es denn jetzt wieder richtig wie kriege ich es wieder richtig gar nicht so einfach ich glaube wir können das auch getrost ignorieren und den da jetzt einfach hinbauen und gut ist weil ich wollte mich jetzt auch gar nicht so lange damit aufhalten aber jetzt sieht es zumindest ein bisschen schöner aus naja jetzt ist das hier so offen sieht das wirklich schöner aus ich weiß es nicht ich weiß es nicht genau vielleicht wenn der weg ist ja ich glaube dann ist gut ja wie geht es weiter ich überlege gerade wir können über wir können natürlich versuchen so ein Motorrad bei Gelegenheit zu bauen da habe ich gute Hoffnung weil wir jetzt ja auch noch schön viel teile und noch so ein paar Bücher gefunden haben die da sehr vielversprechend waren und dann bliebe natürlich noch hier dieses gesamte Städtchen zu erkunden wobei mir drüben dieses Gewerbezentrum wenn ich so nennen darf eigentlich besser gefiel der Bücherladen ist noch nicht ganz ausgeräubert dann wären noch Werkstatt und Tankstelle glaube ich also da sollten wir morgen nochmal hindüsen und mitnehmen was geht vielleicht kann ich auch ein paar Waffen da lassen ich muss ja nicht mal mein ganzes Arsenal mit mir rumschleppen weil ich glaube diese Maschinenpistole die hat es schon in sich die macht mich zumindest glücklich so gut reicht jetzt genug gearbeitet genug gehackt wir könnten stattdessen mal schauen dass wir hier ausschalten hier haben wir jetzt das fertig hier ist unser Fleisch fertig können wir natürlich uns gleich nochmal den Bauch voll schlagen Wasser brauchen wir glaube ich auch apropos Wasser hatten wir jetzt schon ein Gewässer gefunden der Fluss zumindest hinten der fällt mir jetzt gerade ein hier ist glaube ich noch ein Pool irgendwo ich weiß nicht irgendwas hatte ich gerade so im Hinterkopf ja doch ich glaube Wasser sollte hier kein Problem sein wir können jetzt nochmal schauen wie das aussieht mit Munition Gewehr Munition achso das Maschinengewehr dafür brauchen wir natürlich die Gewehrteile aber ich glaube wir haben sowas wir könnten sogar so ein Teil bauen das ist ja faszinierend haben wir nicht Gewehrteile ich glaube drüben in der Apotheke haben wir sowas mal gefunden Schockstabteile zwei zwei Stück Maschinengewehr teile hier ist es schon mal eins ne ach guckt mal wir haben sogar Maschinengewehr Stufe 6 das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm dann können wir doch hier die Munition wieder freigeben und das nochmal wechseln jetzt habe ich das natürlich auch repariert naja gut machen wir das halt auch nochmal heile reparieren und was passiert wenn wir das hier auseinander nehmen zerlegen was haben wir jetzt gewonnen nichts okay das war also ein bisschen schade wahrscheinlich okay hier ist auch noch so viel Munition ich erinnere mich ups ja ich denke wir sind mittlerweile ganz gut ausgerüstet da brauche ich mir nichts vormachen das können wir da lassen vielleicht können wir jetzt hier dann tatsächlich mal also zumindest das selbstgebaute Gewehr kann da bleiben die Pistole brauchen wir nicht weil wir ja schnell was haben ich nehme dann nur die Schrotflinte mit das Messer ja okay ich glaube das ist erstmal eine ganz gute Basis um dann morgen in die weitere Erkundung zu starten wobei ich jetzt nochmal von hier oben vielleicht ich habe gerade gesehen wir haben so viel Munition können wir eigentlich nochmal ein paar Zombies abschießen und ein bisschen Erfahrung farmen wenn sie uns lassen so haben wir hier zufällig gerade was passendes es ist relativ ruhig hier da das doch gerade gar nicht gesehen ja nachladen muss ich natürlich auch okay klickt schön ist bestimmt toll in so einer engen situation ich versuche jetzt wirklich mal so einen gezielten schuss zu machen aber es ist gar nicht so einfach so im dunkeln ich kann die wirklich kaum erkennen hier aber es klappt ah ja okay aber die fallen natürlich wie die fliegen das gefällt mir herrlich klappt gut und dennoch muss ich sagen dass es ein bisschen lästig ist wenn es einem die munition so raubt naja gut falls noch jemand kommt kommt noch wer also so mit der menge wird man definitiv gut fertig ach das ist ja auch cool schlösser knacken ist immer erfolgreich das müssen wir uns mal merken das könnten wir eventuell uns mal kaufen bevor wir irgendwelche premium schlösser knacken wollen so haben wir hier noch wen können ja auch nochmal hier hinschauen die ruhige nacht ein bär wollen wir den wirklich anlocken oh ich bin ein bisschen unsicher ob der uns dann nicht alles auseinander nimmt und hier doch irgendwie hoch kommt guckt mal hier so hoch hüpft oder so wir können es natürlich versuchen ist das überhaupt ein zombie bär gibt es auch normale bären das sieht noch so halbwegs gesund aus so im halb dunkeln wird das nicht wieder ein ungutes ding wenn ich das mache ich weiß es nicht wir können es mal versuchen allein des ausprobierens wegen jetzt würde ich ihm natürlich nicht gerne im Po schießen es ist kein zombie bär wo ist er jetzt hin der findet aber jetzt nicht ihren weg hoch oder nicht so wie der Hund erinnert euch der dann plötzlich mir vor der Nase stand aber klingt fast so als ob er es doch findet super ich sagte es war vielleicht doch eine doofe Idee wie können wir das verifizieren ich überlege gerade vielleicht über hier diese Ecke tatsächlich ja komm noch mal her die Frage ist kommt er durch die Tür ist der schmal genug oh was was das klang jetzt so ungemütlich nahe ne auch weiter halten halten wollen wir sind nämlich durchgekommen durch den 26. tag und der morgen des nächsten tages beginnt und wir kommen sogar noch rechtzeitig bin begeistert schaut doch mal schön da hinten sieht man auch noch das tolle einkaufszentrum wo wir waren ja war auf jeden Fall ein doch recht erfolgreicher tag wir haben bären angelockt wir haben das maschinengewehr ausprobiert wir haben viele tolle baupläne gefunden und alles in allem glaube ich noch mal so ein bisschen austoben können das fahrrad hat sich nochmals bewährt ich bin ganz zufrieden morgen geht es weiter auch denke ich noch mal Richtung einkaufszentrum da hinten vielleicht wird der bär dann im weg sein mal schauen wie das wird aber ich denke den kriegen wir auch noch hin deswegen schaltet wieder ein ich freue mich morgen geht es weiter lasst ein abo da und vielen Dank fürs zuschauen macht's gut bleibt gesund ciao